Servus Leute und herzlich willkommen zu Super Smash Bros. Melee. Ihr hört wahrscheinlich vielleicht ein Ventilatorgeräusch im Hintergrund. Ja, es ist ziemlich warm hier in diesem Zimmer hier. Und jetzt würde ich sagen, Eisbrecher, sei eiskalt und schalte beide Nanas aus. Äh, what the fuck? Shit. Das heißt, ich darf gar nicht den blauen, darf ich glaube ich nicht, oder? Warte mal, der blaue ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Das heißt, ich muss jetzt... Nein. Nein, ich soll Nana ausschalten. Das heißt, ich muss den... Äh, diese lila ne blöde Kuh da rauswerfen. Das ist echt nicht nett. Das ist echt nicht nett. Naja. Komm, Bro. Komm. Bamm. Mann, jetzt erpisst dich jetzt, Nana. Verpisst dich, Alter. Ich möchte Nana nur ausschalten. Das müsste doch nicht sein. Mann, jetzt erpisst dich, Nana. Nein. Das ist mies. Das ist so mies. So, jetzt fängt es schon richtig an, schon ein bisschen schwer zu werden. Hier die Missionen. Ja, doch, das ist echt mies, einfach nur. Okay. Komm her. Nana. Nana, du kleine Kachbar. Äh, was? Komm, Nana. Nein. Nur Nana. Nein. Oh Gott, das ist so schwer. Irgendwissen zungelgreifende wenigstens nicht an, und das ist super. So, komm jetzt. Das ist echt mies, einfach nur. Nicht einfach... Die Mission ist einfach nur mies. Der Grundgedanke auch, irgendwie. Weil die einfach sauschwer hier kaputt zu hauen sind. Komm jetzt. Komm, verpisst dich, Nana. Gut. Warte mal. Gut. Wir haben es geschafft. War aber echt eine miese Mission. So, Super Mario 128. Ein Kampf gegen 128. Winzige Mario ist, bei dem Ausdauer gefragt ist. Donkey Kong. Ihr müsst ja, ich hab ja im siebten... Im sechsten Part... Die ganze Zeit rumgespammt. Das ist kein Problem eigentlich. Ihr könnt's ja anders gar nicht schaffen. Das geht doch gar nicht. Ja, komm, machen wir's jetzt. Kein Problem, Bitches. Das ist kein Problem. Das ist ein bisschen langweilig, aber muss man halt nur mal machen. Weil sonst dauert das echt ewig lange, bis wir diese Mission schaffen. Und wisst ihr, wieso Super Mario 128? Weil ich glaub, wegen SM64... Die wollten's nämlich... Also, die wollten erst 128 Sterne da reinbauen. In dem Spiel, damit der Name des Super Mario 64 auch Sinn macht. Weil man halt alleine hier spielt. Wenn man zu zweit spielt, muss jeder halt nur 64 Sterne sammeln. Die wollten eigentlich auch Luigi einbauen, aber es ging halt leider nicht. Scheiße. Komm hoch. So, das ist das Problem gewesen. So. Anfangs... So, mal 28. Aber genau weiß ich auch gar nicht, wieso der Name eigentlich... Aber genau so war. Das könnt ihr eigentlich alles im Internet lesen irgendwo. Findet ihr bestimmt dazu was? Ich weiß es gar nicht mehr. So, noch schöner, dass wir den Stern haben. So, jetzt müssten die gleich sterben. Nur noch ein Typ. Ja, komm, stirb jetzt. Nicht, dass der mir noch Probleme macht, Alter. Okay, wir haben's geschafft. So. Slippys Erfindung. Slippy, mit meiner neuen Erfindung seid ihr unsichtbar. Scheiße. Nein, nicht Donkey Kong. Was mach ich? Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Das ist so unfair. Ich spiele nicht nur gut, sondern eigentlich ziemlich gut. Ich kann einfach nur mit Donkey Kong nicht gut spielen. So, haut ab. Okay. Shit, man. Bam. Scheiß Viecher. Aber ich hasse euch im Fixer. Nein, jetzt verpisst euch, man. Also nicht nur unfair, sondern einfach nur saukack unfair. Komm ab jetzt, man. Okay, ich höre auf mit Donkey Kong zu spielen. Ich kann mit denen jetzt spielen. So, wir spielen mit... Mit... Äh, Fox. So, komm. Ich weiß aber echt nicht, wo die grad sind, überhaupt. Das funktioniert nicht so, wie ich's gewollt habe. Und geil, dass die jetzt hier mal schon gestorben ist. Da verpisst dich jetzt. Alter, die Mission ist echt nicht einfach. Muss man einfach so zugeben. Man muss sich schon alles merken, genau. Sonst stirbt man ja wirklich schnell hier. So, aber pisst dich. Bam. Bam. Bams. Bam. So. So, Fox ist auch gleich am sterben. Aber ich leide auf. So. Scheiße. Okay, es müsste aber gleich getan sein. Bam. Verpisst euch jetzt. Bam. Nein, nein, nein. Man, wo seid ihr denn? Bam. Oh, geil. Jetzt haben wir's geschafft. Oh mein Gott. Das war richtig schwer. So. Ein Yoshi kommt selten allein. Yoshi ist so weit, das Auge reicht. Bis hier geht 30 in zwei Minuten. Okay. Das macht Sinn. Ja, komm. So, komm, Bitches. Das ist doch wohl nicht möglich. Das gibt hier auch nur 30. Das heißt, wir haben zwei Minuten Zeit hier. Für diese Stage, die ist echt scheiße für Spammen eigentlich. So, kommt... Ach, nicht Goldini... Ich seh mich ja selber jetzt nicht mehr. Scheiße... Ey, was? Ich bin gestorben? Okay, hier ist es schlecht mit Dingen zu spielen, mit Donkey Kong, weil man hier nicht Spammen kann. Nämlich Fox. Ist viel besser. Ist viel besser. Bam! Bam! Komm jetzt! Kommt, ihr Penner! Kommt jetzt! Bam! 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 Kommt, ihr zerpisst euch, Alter! Voller Scheiß hier! Was soll ich denn tun? Mann, was soll ich denn tun? Es ist sau schwer! Auf dieser Stage ist es ziemlich schwer, die zu besiegen! Weil die Stage richtig scheiße ist! Verpisst euch! Der... Der.... Der... 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 Kommt. Sehr schön. Relaxe, du hast mir richtig geholfen, Bro. So. Kommt, war bis euch. Ihr werdet alle doch sterben, also keine Sorge. Bam. Wer jetzt schon sterben möchte, der könnte hier jetzt, der ist hier richtig aufgehoben. Töte nämlich alles, was ich sehe. Okay. So, wisst euch jetzt. So, komm. Nicht mehr viele. Noch ein Riesen-Yoshi. Das war nicht dein Ernst jetzt, oder? Aber der geht auch noch ziemlich schnell über die Backen. Bam. So, komm. Geht doch. Meine Güte. Ach Gott, Duell der Giganten. Aber es kommen noch weitere Missionen. So, Duell der Giganten. Riesen-Bowser gegen Riesen-Dekay. Das Duell der Giganten. Okay, ich bin ein Riesen-Bowser anscheinend. Ich sag, der hat aber zwei Leben. Das ist doch voll unfair. Lappen. Dekay. Donkey Kong. Verpiss dich. So, verpiss dich jetzt. Geil. Gut. Auch wenn wir ein bisschen, äh, im Nachteil waren, habe ich ihn trotzdem besiegt. Ein Kampf um meinen Preis. Wer hält Entei? Oh, den möchte ich haben. Den möchte ich haben. Und das ist 100%ig, du Wichser. Damit ihr Bescheid wisst. Das nehme ich mit. Ähm. So. Verpisst euch jetzt. Mann, ihr... Was wollt ihr schon mit dem Anfang, Alter? Achso, ich bin nicht Pikachu. Verfolgt ihn. Bam. Nein. Nein. Bam, Alter. Mann, was soll die Scheiße hier? So, haut ab. So, noch Käpt'n Falken töten. Ne, ich bin ziemlich schlecht hier dabei. Mann, äh. Pikachu, fick dich. Ach Gott. Das ist schwer. Oh, jetzt eine neue Charaktere da. Aber Pikachu ist einfach nur overpowered mit dem Blitzer. Das ist einfach nur mies. Kommt. So. Leg mich da, Ungekong. Gott. Nein. Das war blöd. Pisst euch. So. Tschüss. Du auch. Tschüss. Du auch. Tschüss, man. Pisst euch jetzt auf mir. Gott. Gott. Nein. Mann, ist das mies. Mann, ist das mies. Kommt, verpisst euch jetzt, den Wichser. Kommt, verpisst euch jetzt, ihr Missgeburten, Alter. Kommt, hau ab. Nein. Scheiß Viecher, alter. Ich möchte den. Nein. Mann, leck mich jetzt, du Wichser. Nein. Mann, ist das mies. Mann, ist das mies. Kommt schon jetzt, du Wichser. Fick dich Mario Fick dich Mario Was soll die Scheiße Was ist da für ein Sinn Verpisst euch jetzt Haut ab man Du auch Ness Hau ab Nächstes einer soll sterben Das soll Du verdammt nochmal sein Ness Ness Stirb So Hau ab Ice Climbers Verpisst euch So Jetzt die Ice Climbers Und jetzt kommt nur noch Mario Ins Spiel Fick dich du Wichser So komm her Was Ich hab ihn noch geschlagen War dieser Der Der ist beschissen Das ist jetzt beschissen Das ist beschiss Hochmillionen Nö Das zählt für mich nicht Also Gott sei ehrlich Das ist einfach nur beschissen Gott sei ehrlich Das war beschissen Das war beschissen Ich hab ihn tot getroffen Gott sei ehrlich Ich zähle das nicht Ich hab jetzt gewonnen Ganz ehrlich Ich werde hier beschissen Ich werde hier beschissen Verpisst euch jetzt Alter Mann jetzt leckt mich am roten mal Jetzt fickt euch jetzt mal Geht voll auf die Eier Gut Gut Das ist jetzt schon Das stirbt Gott Lass mich doch in Ruhe Frebs Frebs Nein Nein Frebs Frebs Mann was soll die Scheiße Frebs Mein Gott Hör mal auf man Wie scheiße ist das denn Hahaha Mein Gott Frebs Muss das sein Mann leckt mich jetzt Ihr Fickfehler Mann ich hasse euch Erpisst euch Oh Gott Ach Gott Misch Geburt Frebs Ich fick dich Bitte Mann Bitte Ich hab keinen Bock mehr Auf diese Mission Die Scheiße Bis zum geht nicht Misch Die Scheiße Ja Hahaha Ich hasse diese Mission Die Scheiße Mein Gott Wie soll man da gewinnen Das ist unlogisch Das geht gar nicht Ganz ehrlich Das sind nur Wichsfehler hier Leckt mich jetzt Ihr Ficker Oh Gott Verpisst euch jetzt Mann verpisst euch Das macht überhaupt keinen Spaß Was wenn es Mal zu leckt Mein Gott Kannst ihr euch mal Normalpin nehmen Fick dich Du Wendsohn Aber Jeder hat nur noch Ein Leben Das passt schon So Verpisst euch Verpisst euch So Kommt er Bam Bam Verpisst euch Verpisst euch Verpisst dich Du kannst dich genauso gut Verpissen Alter Geht doch Man Das ist scheiße Jetzt Wir haben es aber geschafft Mein Gott So Metallmantel Diese metallen Kopfgeld Die machen keine Gefangenen Okay Oh mein gosh Wollt ihr mich verarschen Wollt mich doch verarschen Oder Craps Verdammte Scheiße Craps Mein Gott Musst du überlegen Ich hasse dich Wie weißt du das Ist doch unmöglich Alter Wir wollen mich doch verarschen Oder Craps Bitte Hör auf Ich hasse Dieses Programm Ich hasse Dieses Programm Verdammte Scheiße Mein Gott Ich verliere Nur wegen dir Craps Ja siehste Hahaha Überhaupt nicht meine Schuld Craps Du Scheißprogramm Alter Programm Müll Haufenprogramm Von der Oh Gott Die Mission ist scheiße Wie soll das denn gehen Hahaha Wird er doch geistig gestört Ich weiß ja nicht was den wirklich denken Mann ist er Pistol Ich habe euch Tschüss Gut einer ist weg Ja ein Leben ist weg Von den Ich habe jetzt mindestens 30 mal Neue Aufnahme gemacht Und es macht immer noch nicht das was ich will Craps Du bist echt scheiße Verpisst euch Verpisst euch jetzt Ich weiß ja nicht mal wer wer ist überhaupt Komm verpisst euch Einer ist weg Das ist sehr gut Und der ist auf jeden Fall der schwächste Also der stärkste meine ich von den allen Weil der hat am meisten Wenigsten Prozent Bis jetzt So verpisst euch So der müsste eigentlich auch gleich Oh what the fuck Ne der andere ist der stärkste Er hat nämlich zwei Leben Okay Hau ab So Einen anderen lassen wir doch verrecken Soll der ruhig herkommen Wir sind hier nicht erwünscht Würde ich jetzt so sagen Deine ist gleich tot Deine ist tot Craps Nichts sehr schön Ich glaube mein Speicher ist gleich voll Oder einfach nur irgendwas passiert Ich weiß nicht was da los ist Einfach nur überfordert kann es sein Und nein Nicht Deine Mutter Deine Mutter stinkt nach Fette Kräuterbutter Mann ist es scheiße Nochmal neu Mann ist es langweilig Die Mission ist scheiße Mann Der Craps ist genauso scheiße Nein ich fresse Mann diese Stage ist für den Arsch Ne ich meine diese Mission ist für den Arsch Mann jetzt verpisst euch Geht voll auf die Eier Könnt ihr mal aufhören Mein Gott Ja Hahaha Hallo Mann Craps alter Voller scheiß Programm Mann was pisst euch jetzt von hier Ich hasse euch Seid so scheiße Mann es verpisst euch Haut ab Es sind nicht mal so viele da So wie es aussieht Nur einer hat zwei Leben Bam 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 Haut ab ihr Penner Hat gar keiner Okay ich hab einen getötet schon mal Scheiße Natürlich bekommt ihr noch Hilfe Wie unfair alter Jetzt stirbt man Super So jetzt ist noch einer da Einer da Nein 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 Verpisst Dich Okay Komm Summers Du musst doch kommen Um mich zu besiegen So komm her Scheiß Viecher Wo bekomme ich hier keine feste Zeit So dann lade ich auch mal auf wieder Okay komm her Scheiße man Komm her Bis dich Scheiße Komm Perfekt Dann haben wir noch So schiss Komm Oh geil My gosh So Knutschkugel Ahoi Eine Köppiearmee Und jeder Soldat Verfügt über Kopierte Fähigkeiten Okay Oh Gott Komm Muss ja auch noch normal besiegen Oder was Wie unfair ist das denn bitte Wir haben auch nur ein Leben Bis seitdem Bis seitdem Komplett auf Crack Die müssen doch eigentlich Ziemlich leicht besiegbar sein Eigentlich noch Ich mein wie soll man die sonst So freund Ich hab es euch alles erspart Ihr seht jetzt gleich das Ende Ich hab hier einfach zu oft gefällt Und das nervt auch Verzeiht So hier Das waren 50 Minuten Fails Und ihr wollt hier bestimmt nicht sehen So wir haben es geschafft Und damit war es das für diesen Part Würde ich sagen Und dann geht es mit diesem Part Weiter mit Triforce treffen Und dann den Allstar kämpfen Und so weiter Wir machen es nicht mehr so 11 bis 12 Sondern je nach Partlänge Haut rein Ciao bis zum nächsten Part